Okay, Partnerin. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den Gehörntenwüvern für dich. Okay, ich lasse dich mal lieber in Ruhe. Mit dem können wir uns irgendwann später nochmal beschäftigen. Einmal zu Schmiede, bitte. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ausrüstungsschmieden, Tatsache. Ja, eine Rüstung. Denn wir haben, wir haben ja jetzt hier für den, brauchen wir Panzer 3. Guck mal, wir haben genau alles erfahren, was wir brauchen. Das ist ja schon super. Dann brauchen wir noch die Seelen von ihm. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Von ihm fehlt uns noch der Frostbeutel. Und sonst haben wir alles. Aber wir können diese Rüstung hier jetzt herstellen, müsste sein, wenn ich mich nicht irre. 2, 5, 8, 10, 12. Genau. Das heißt, wir können das Gusset herstellen nach dem Baren-Set. Das machen wir jetzt auch. Dann sehen wir an uns nämlich auch mal ein anderes Set. Ja, hoi. Ja, hoi. Und sehen auch mal wieder ein bisschen anders aus. Ja, okay. Ob das jetzt besser aussieht oder nicht. Mann, munkelt. Aber wir haben das auf jeden Fall vollständig. Äh. Ja, Ausrüstung ändern. Für mich natürlich. Äh. Sets verwalten. Nach dem Baren-Set speichern. Und umbenennen. In Guss. Was fehlt hier denn noch? Was fehlt denn zwischen Hugenmetall und Horni? Was fehlt denn da? Errüstung. Nach Schmetter legen. Der Hörer über die große Hornfliege, da weiß ich aber nicht genau, wo ich die herbekomme. Also passt das schön. Das ist also nicht, äh, nicht verkehrt gewesen. Das Todes, äh, können wir noch nicht nehmen, weil wir nur drei Finstertücher haben. Bis jetzt davon brauchen wir fünf. Und den Rest könnte sogar fast schon passen, ne? Ja, sobald wir noch die anderen beiden Tücher haben, können wir die auf jeden Fall auch herstellen, diese Rüstung. Jetzt würde ich gerne... ...die neue Rüstung noch ausprobieren. Mit Geld bezahlen, bitte, bitte. 40, 16, 30, 12, warum sollte ich das denn kaufen? Also, ich bin ehrlich, ich bleib bei meinem... ...Chefkochrezept. Davon haben alle was. Und das passt ja auch ganz gut. Tadaa! Ähm... Ähm... hier sind wir wieder bei schwülen kopfschmerzen auch schöner name eigentlich let's go das nervt mich jetzt hier gerade richtig krass eher verwalten Dankeschön hast du gerade an der Truhe rumgefuscht? ich sehe alles ich sehe alles ich habe ihn gefunden glaube ich was mache ich? ja das denkt der Vogel sich hier wahrscheinlich auch ne ich habe versucht hier drüber zu aber das hielt auch nicht okay das ist ja ruhige Kampfeinheit hier bis Julian ihn provoziert hat offensichtlich seine Eingriffe sind natürlich echt cool ne also doch ich will ehrlich sagen ich mag den Ligiana ich finde das ist ein cooler Gegner ich finde das ist ein cooler so high Okay. So ganz ungefährlich ist er ja nicht. Ich weiß was haben wie eine Fußspur, die natürlich eben noch analysieren. Schadet nicht, weil vielleicht gibt das ja auch manchmal Materialien. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja moin. Ja. 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 Aua! Wenn du so wütend bist, ne? Das hat sowieso keinen Sinn. Du musst es nur ausweichen. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Es ist über mich drüber gefallen. Ich habe ihn nicht. 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 Ich mag es nicht, weil es mir ein bisschen zu klein ist. Aber ich meine, wenn du hier unbedingt kämpfen möchtest, was soll ich machen, ne? Ich mag es nicht. Nee, ich will das aushaben. So, ich will jetzt langsam verheilung wieder gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und dass er abhaut, das ist auch gut. Denn dann kann ich hier ganz in Ruhe einmal pfeifen. Und das Messer wieder scharf machen geht auch. Dann können wir ihm wunderbar hinterher. Ja, hallo. Schönes Tier. Ja, ne, guck mal, wie schön das ist. So ein Paolumo ist auch ein echt schönes Tier. Das muss man einfach mal so sagen, ja? Ich muss das gerade einmal genießen. Ich muss es mir jetzt einmal angucken. In voller Pracht, weil er echt einfach ein schönes Tier ist. Ich ihn mag. Hi. Ciao. Но ich kann mal erleben. Wie kann das einfach sein? Jetzt muss ich schon einmal angucken. besser mit entspannen du bist lieber ein hautruf anstatt das entspannen zu machen hier alles ja ja schrei ruhig du hast mich betäubt das war natürlich mit deinem schrei das war natürlich ein smatter schrei das muss man ihm lassen das war schon ziemlich gut gespielt von ihm die kämpfe das auch mich in die falsche richtung zu locken ja renn mich doch rüber kann ich dich wenigstens treffen im moment ist nicht gut mit dem zu kämpfen im moment ist wieder zu viel in der luft mein lieber ich war benebelt das ist natürlich auch nicht gut und doch forsch ich das ich du Da ist er auch gut. In dem Modus kann ich sowieso nicht angreifen. Ah, okay. Er zieht ab. Das ist okay. Das ist gut. Dann kann ich nämlich mein Messer schärfen. Denn seine Sachen brauche ich gerade nicht. So, sieht doch ganz gut aus bis jetzt, oder? So, auch mit dem insgesamt sammeln. Dankeschön. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier direkt für die Nullbeere haben. Jetzt geht das wieder los. Das hoch und runter dieses Gebiets. Das triggert mich so hart. Warum kann ich nicht einfach... Ich verstehe dieses Gebiet. Ich finde, das ist ein richtig cooles Gebiet. Don't get me wrong. Aber zum Durchqueren ist es... Man muss gut aufpassen, wo man hoch und wo man runter springt. So, jetzt müsste der gleich schlafen eigentlich. An diesem Platz schläft der ja ganz gerne, ne? Das heißt, wir sind eine sehr unangenehme Überraschung, würde ich behaupten. Das ist doof. sortiert ... Ja, ok, 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 ok. Bockertet? Ich weiß, du möchtest dich gerade nicht entspannen und ich kann das auch gut verstehen, dass du dich nicht entspannen möchtest, aber... Ja, letzten Endes habe ich dich irgendwie geweckt und das war irgendwie ein bisschen ein gemeiner Wecker, ich gebe dir auch zu. Aber, pass ich nur noch? Na komm, jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. So, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir die Beutel von dem bekommen, denn dafür machen wir das ganze Jahr. Boah, auch... Ich finde die Gebiete echt richtig, richtig schön, ne? Also, die sind schon cool gemacht. Oh, ne Platte sogar. Die sind sehr selten, das ist cool, dass ich die bekommen habe. Weil hier kann ich das ja sowieso noch nicht bekommen, ich kann das ja nur in den Belohnungen bekommen. Ähm... Deswegen cool, dass ich das auf jeden Fall habe. Ähm... Ja, mal gucken, ob wir den Beutel bekommen oder nicht. Ich fände cool, wenn wir ihn bekommen würden. Und zwar am besten gleich in Zweifel raus, wir brauchen zwei davon. Ähm... Aber so, wie ich meine, wir können... Bekommen wir die auch beide? Ich wollte eigentlich gerade sagen, bekomme ich die nicht, aber ich habe beide bekommen. Das ist ja cool. Ja, sehr cool, ne? Neuer Rekord. Bestätigen. Tschüssi